So, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute Training Nummer 2. Wir trainieren heute Beine und zwar den Quadrizeps und die Hamstrings, also den Bandbeuger. Viel Spaß, los geht's. 1000 Euro Cash. Außerdem gibt es einen Wellnessurlaub in Südtirol mit kostenlose Massage und Essen. Rice Cream Sponsoring. 1200 Euro Coachings für dich und es gibt Dropsticks mit dazu. Klingt gut. Dann viel Spaß bei unserer 8 Wochen Challenge. Zum Start der Challenge bekommst du keinen einfachen 0815-Bladen in die Hand gedrückt auf Platt Papier oder so. Nein, das ist individuell auf dich angepasst und das Ganze findet in einer Betreuung statt mit regelmäßigen Check-ins. Ist ja quasi wie ein Coaching. Ja, aber 50% günstiger, denn das Ganze findet in der Challenge statt und alle Infos dazu findest du unten in der Beschreibung. In der Beschreibung. Spaß dabei. Wenn ihr das vorherige Video verpasst habt, lade ich euch gerne ein, das vorherige Video anzuschauen. Das ist Brust und Arme. Da erkläre ich so ein bisschen was über die Perfect Line of Pull, wie ich meine Wiederholungen kreiere oder wie ich sie versuche auszuführen. Das geht heute in diesem Video weiter, allerdings nicht so tief im Thema. Deswegen, falls euch das interessiert, warum ich welche Wiederholungen wie mache, vorheriges Video. Beintraining heute. Ich habe heute begonnen mit Kniebeugen. Ist für mich eine der essentiellen Übungen. Erstens haben wir viele Muskelpartien, die gleichzeitig arbeiten, wodurch wir gleichzeitig mehr Kilokalorien verbrennen können. Zweitens ist es eine körpermuskelübergreifende Übung. Das heißt, es ist nicht nur ein Teil oder einen separierten Muskel, den ich trainiere, sondern quasi den ganzen Körper. Das gewährleistet auch, dass die Ausbildung bzw. das Trainieren des ganzen Körpers oder verschiedener Muskelpartien gewährleistet ist. Zum Thema Stabilisationsmuskeln, Fußgelenke, Kniegelenke, Mittelpartie. Der ganze Kram wird mittrainiert bei Kniebeugen. Deswegen gehört es auch so zu diesen Top 3 oder Big 3, wie man sie nennt. Oder es gibt auch die Big 5. Das heißt, Bankdrücken, Rudern, Kreuzheben, Kniebeugen. Was gibt es noch? Schulterpresse. Das sind so die Big 5s. Und Kniebeugen gehört dazu. Worauf ich hier achte? Ganz wichtig. Mittlerweile ist Punkt Nummer 1 meine Fußgelenke. Ich habe einen Knicksenk- und Spreizwurst. Das heißt, meine Füße tendieren eher dazu, einzuknicken nach innen. Dadurch meine Knie auch. Dadurch steht die Hüfte falsch. Und ihr merkt schon, die Pyramide geht so von unten nach oben. Also wenn die Fußgelenke nicht stimmen oder die Füße, stimmen die Knie nicht, stimmt die Hüfte nicht, stimmt der Rücken nicht. Und da versuche ich möglichst einen guten Stand zu haben. Wir haben hier 5 Sätze. Der erste Satz ist zum Reinkommen. Der zweite Satz ist ein Arbeitssatz, der ist ganz okay, aber der ist nicht so wirklich anstrengend. Dann der dritte, vierte und fünfte, das wären die schweren Arbeitssätze. Und wie ihr wisst, bin ich nicht der Fan von sehr schwerem und stupidem oder blödem Training. Ich versuche das möglichst smart zu timen und zu machen. Das heißt, ich versuche so wenig Gewicht wie nötig zu benutzen, um trotzdem den größtmöglichen Reiz zu erschaffen. Das funktioniert, indem ich mir jede einzelne Wiederholung vorstelle, wo genau meine Knie hingehen, welche Muskeln aktiv sind und die spanne ich zusätzlich an, ohne das Gewicht zu bewegen. Also es geht darum, die Eigenkontraktion, ich spanne schon meine Beine dazu an, verrückt, quasi die Eigenkontraktion zu holen und dann das Gewicht als Werkzeug zu benutzen, um die Kontraktion zu erhöhen. Beispiel, das Gewicht ist nicht dazu da, um eine Kontraktion hervorzurufen, das können wir selbst machen. Beispiel beim Bizeps zum Beispiel. Wir können den anspannen, so hart wir können, oder wir müssen Gewicht benutzen, um ihn anzuspannen. Ich persönlich spanne den Bizeps an, so hart ich kann und benutze dazu das Gewicht als Werkzeug am Top. Nicht, wie gesagt, dass das Gewicht diese Spannung kreiert, sondern das mache ich selbst. Genauso bei den Kniebeugen auch. Ich könnte mit Sicherheit 200 Kilo plus Kniebeugen machen. Ich glaube aber nicht, dass die so effektiv sind, beziehungsweise für den ganzen passiven Bewegungsapparat, Bänder, Sehen, Knochen, Knorpel, die ganzen Strukturen, dass das genauso toll ist. Ich glaube nämlich, je mehr Gewicht wir benutzen, desto mehr leiden passive Strukturen, also Bänder, Sehen, Knorpel. Deshalb versuche ich so wenig Gewicht wie möglich zu benutzen, aber dafür so gut wie möglich. Gefolgt von der Beinpresse. Auch hier gilt, ich versuche meine Fußposition leicht nach außen zu setzen und dass die Knie exakt überhalb meiner Fußachse laufen. So ist das Knie aligned. Es gibt auch Leute, die stehen sehr breit und fallen dann nach innen, dann fallen die Knie so ein. Das ist natürlich eine massive Belastung fürs Kniegelenk. Wenn man da noch 300, 400 Kilo da drauf schrubbt, glaube ich, ist das nicht allzu geil. Danach gibt es noch klassischerweise den Beinstrecker. Da war ich ein bisschen am Hadern, ob ich jetzt Splitsquads mache, also hier mit Kurzhandeln und einbeinigen Kniebeuge quasi, oder Extension. Ich habe mich für die Extension entschieden. Für mich persönlich eine Top-Übung für zum Schluss. Man setzt, man kann konzentriert die Wiederholungen machen, man wackelt nicht rum, da ist kein Druck, wo man sich wirklich verletzen könnte. Es geht tatsächlich nur darum, das Knie zu strecken, beziehungsweise den Fuß zu strecken. Und dafür sind natürlich ebenso alle vier Quadrizepsmuskeln, Quad, Quad, Quadro oder im lateinischen Quad für vier, deswegen vier Muskelanteile, sind nahezu alle involviert, wenn man die Übung dann richtig macht. Dann ging es weiter. Um meinen Beinbeuge richtig voll im Blut zu kriegen, den sofort zu ermüden, habe ich mich für die liegenden Beinbeugemaschine entschieden. Hier habe ich die Möglichkeit, dass ich quasi konzentriert in der Maschine liegen kann, mit relativ viel Gewicht, gute, saubere Wiederholungen machen kann. Wichtig dabei, man muss versuchen, einer der beiden Drehmomente zu eliminieren. Um es zu erklären, wenn ihr gesehen habt, Leute liegen auf der Beinbeugemaschine und der Po hebt sich die ganze Zeit so vom Gerät nach oben. Ja, damit kann man mehr Gewicht bewegen, aber dadurch, dass die Hüfte nach oben geht, ist der Weg des Beinbeugers verkürzt. Das heißt, wir nehmen uns Weg, den der Beinbeuger machen müsste. Fühlt sich gut an, weil es ein bisschen leichter ist, man kann mehr Gewicht bewegen, aber versucht mal, das Becken am Polster zu lassen. Also wirklich Becken dagegen pressen, Oberkörper aufrichten und dann Curl mal. Ihr könnt das Gewicht mit Sicherheit 40-50% reduzieren und ihr habt einen besseren Muskelreiz im Beinbeuger, als wenn euch die Hüfte den Drehmoment klaut. Danach geht es, wie gesagt, mit vollem und schön vormüdetem Muskel ans Kreuzheben. Stiff Leg Deadlifts, also mit gestreckten Beinen. Ganz, ganz, ganz gestreckt sind die nicht, so mal zwischen 5 und 7 Grad, ist okay. Aber ich versuche dennoch, gezielt mein Becken und mein Po nach hinten zu ziehen, um dann durch die Hüftstreckung nach vorne die beste Kontraktion im Gluteus und im Beinbeuger zu erreichen. Ist diese Übung essentiell für Beine? Nein. Genauso wie es Kniebeugen nicht ist. Man kann mit ganz vielen Übungen gute Beine aufbauen. Aber ich glaube auch, dass diese Hüftstreckung einen anderen Effekt auf der Bühne, also später beim fertigen Körperbild, ergibt. Also wenn man nur rein Knie beugt, also curlt mit dem Beinbeuger. Da gibt es auch ein paar andere Muskeln, die da wichtig sind und man involvieren sollte. So Abduktoren, Adduktoren, Gluteus, die ganzen Separationen. Der Bein-Bizeps, B42, besteht aus mehreren Muskeln und ich glaube nicht, dass man alle Muskeln in einer Übung trainieren kann. Deswegen Stiff Leg Deadlift, einer der von mir favorisierten Übungen. Gefolgt von Übung Nummer 3 sind das die Hip Thrust. Lange verschwiegen als eine Übung für Frauen, ja zugegeben. Es macht einen großen, runden Po, aber dicke Ärsche stehen auch Männern. Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 ist es unheimlich wichtig, gerade für mich, meine Rückseite, also die Hinterseite meiner Beine, ist nicht meine Stärke. Deshalb setze ich auf Hip Thrust, weil es eine Übung ist, die auch über die Hüftstreckung funktioniert. Und man hat die Möglichkeit, dadurch, dass die Beine etwas angewinkelt sind, man den Beinbeuger etwas mit involvieren kann. Also wenn man die Übung richtig macht, das heißt richtig, sehr intensiv und bedacht, hat man die Möglichkeit, mehr als nur den Gluteus zu trainieren. Also auch den Beinbeuger. Nicht nur das, auch ein bisschen die Adductorin, je nachdem wie die Fußstellung ist. Ich glaube, dass die Hip Thrust ein Riesenpotenzial haben für Muskelaufbau und für Muskeln, die man sonst noch nicht so trainiert hat. Also wir haben, wie gesagt, 6 Übungen total. Wir haben alles zwischen 3 bis 5 Sätze. Und wichtig ist, bei den Wiederholungen, beziehungsweise bei den Sätzen, wenn ich mir vornehme, 12 bis 14 zu machen, dann sollte ich bei 14 auch wirklich aufhören und versagen. Das hat nichts mit Muskelversagen zu tun, das würde bedeuten, ich würde wie ein Kartenhaus zusammenfallen, sondern mit einem Wiederholungsmaximum. Bedeutet, ich schaffe keine korrekte 15. Wiederholung mehr. Bei den Kniebeugen sehr, sehr schwierig. Da kann es auch mal sein, dass vielleicht eine im Tank noch ist, aber man die wirklich richtig geil gemacht hat, das ist okay. Bei der Beinpresse kann man schön all out gehen und beim Beinstrecker. Bei Stiff Leg Deadlifts, da hätte man vielleicht noch eine Krumme oder zwei Krumme rauszwirbeln können, aber auf Kosten der Wirbel, auf Kosten der Gelenke, auf Kosten der Bänder und Sehen. Und das ist es mir nicht wert. Da mache ich doch lieber einen Satz vielleicht mehr, dafür sauber. Und habe da am Ende einfach mehr Qualität statt Quantität. Ich kann schon 300 Kilo ziehen, das ist nicht das Ding. Die Frage ist, was zieht Gluteus und Hamstrings? Nein, ich habe auch einen Haufen Rücken dabei, ich habe teilweise Schultern mit dabei, weil irgendwas muss das ja halten, Trapezius. Mein ganzer Bewegungsapparat ist unter dem Druck von 300 Kilo, das darf man nicht vergessen. Dann wähle ich lieber 140, 180, was auch immer, mache dafür saubere, kontrollierte Wiederholungen, belaste meinen ganzen Organismus weniger, habe aber dennoch denselben Trainingseffekt. So ist ungefähr die Philosophie des Trainings. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das werden jetzt noch ein paar Videos, also noch ein weiteres werden wir haben, Rücken und Schulter. Ich hoffe, dabei seid ihr natürlich auch. Und wenn ihr Fragen habt, bitte gerne nur in die Kommentare schreiben. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Es warten noch Supplements, es warten noch das Kochbuch, quasi wenn ich ein bisschen koche, Mehlpreplan vorstelle und so weiter. Also das wird ein bisschen intensiver. Wichtig ist, nicht vergessen, 8 Wochen Challenge, die geht es auch für euch. Und zwar kostet die 149 Euro. Ihr könnt gewinnen, also 1000 Euro Cash, ein Wellnesswochenende in Südtirol mit Massage, mit Essen, mit allem drum und dran. Ein Rice Cream Sponsoring, das heißt über mehrere Monate gibt es Rice Cream umsonst. Dann gibt es noch Coachings mehr von 1200 Euro, Dropsticks, Waist Trainer und, und, und. Alle Infos findet ihr unten in der Beschreibung. Da gibt es dann extra so eine Webseite, die 8 Wochen Challenge, da kriegt ihr alle Infos. Das war es zu mir, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.